Ich begrüße euch. Und zwar wollte ich eigentlich euch zeigen, wie man zum Beispiel so ein Didgeridoo, was ich euch neulich vorgestellt hatte, wie man das schön aufnehmen kann, dass das schön klingt und so weiter. Und da wollte ich euch zeigen, wie ich, das ist hier übrigens das Didgeridoo, zur Erinnerung, das ist aus Jackfruit, das hatte ich euch gezeigt, das spielt hervorragend und kostet nur 59 Euro. Plus 6 Euro versandt. Und hier bin ich jetzt in meiner Sound-Ecke. Da sind die Monitor-Boxen da oben. Und hier ist mein Notebook mit zwei Monitoren und hier steht so ein kleiner Synthesizer rum und da steht noch einer rum. Extra-Tastatur, Mikrofon und ja, das ist hier so ein Stimmverfremder, den nehme ich auch gerne für Didgeridoo. Das ist ein Audio-Interface von Behringer. Das ist sehr gut, obwohl es nur 100 Euro kostet. Da hinten ist ein kleines Mischpult, 8-Kanal von Mackie, was ich als Verteiler nehme und so weiter. Ich wollte euch das alles schön erklären, wie ich das hier mir eingerichtet habe und wie man jetzt also einen schönen Sound aufnehmen kann. Und dann wollte ich hier mit dieser DAW, das ist also eine Digital Audio Workstation, da wollte ich eigentlich... Also damit nimmt man ja mehrspurig Audio auf, muss nicht Musik sein, kann auch einfach nur Sprache sein. Und jedenfalls, ja, ich wollte euch das zeigen und dann halt das mit OBS. Das hier ist OBS, das ist zum Abfilmen, jetzt haben wir diesen Unendlichkeitseffekt. Jedenfalls mit OBS kann man ja den Bildschirm abfilmen und man kann da so Tutorials mitmachen und all sowas. Ja, und da wollte ich euch das mit zeigen, wie ich hier jetzt mit dem Reaper, so heißt diese DAW, das also mache. Ja, und dann ging das nicht. Der Sound kam einfach nicht in OBS an. Konnte ich machen, was ich wollte, ging nicht. Aber jetzt habe ich es dann doch hingekriegt und zwar, das ist ein ganz netter, das ist ein Engländer. Hier der Adam Steele heißt der und der ist Spezialist für Audio bzw. für diese DAW Reaper. Also DAW ist ja so eine Art digitales Tonstudio. Somit macht man heutzutage halt Musik. Und der erklärt das unheimlich gut. Es ist zwar auf Englisch, aber mein Englisch reicht dafür gut aus. Es gibt auch die komplette Einführung in Reaper auf Deutsch. Da hat sich einer die Mühe gemacht, das also auf Deutsch auszugehen. Gibt es auch auf YouTube. Jedenfalls hat der gewusst, wie man das macht. Und ich habe das jetzt von denen gelernt und zeige euch das jetzt also auf Deutsch. Ja, und hier seht ihr jetzt also, das ist dieses Reaper DAW, also eine DAW nennen, wird es auch manchmal so genannt. Also eine Digital Audio Workstation, also eine digitale Audio Sound Studio, wenn man so will. Hier kann man also mehr Spuraufnahmen machen. Nicht nur für Musik, man kann auch Sprache damit aufnehmen, natürlich alles Mögliche. Und ja, das wollte ich euch zeigen, wie ich das hier schön mache. Und dann ging das nicht. Also der Sound kam nicht im OBS an. Wenn ich jetzt das anmache, jetzt schickt er also Sound vom Reaper zum OBS. Ich mache es mal ein bisschen leiser, damit es nicht... Ich mache es jetzt einmal ganz laut. Damit ihr hört, wie es klingt. So, jetzt habt ihr gehört, wie das klingt. Und hier zappelte gar nichts, ne? Weil der Sound einfach nicht ankam. Und jetzt habe ich also gelernt, wie man das macht und zeige euch das. Das erste, was ihr machen müsst, ist auf diese Seite hier gehen. Das ist von Reaper. Ich mache euch den Link in die Videobeschreibung. Unter dem Video findet ihr die. Falls ihr mit dem Fernseher YouTube guckt, dann werdet ihr das nicht finden. Auf dem Handy ist es zu finden ein bisschen schwierig. Da muss man rechts oben, ist so ein kleines Dreieck, was nach unten zeigt. Und da muss man so drauf tippen. Dann findet man die Videobeschreibung. Jedenfalls müsst ihr das hier runterladen. Entweder 32 Bit oder 64 Bit. Für die allermeisten wird es natürlich 64 Bit sein. Das dann einfach installieren, das Paket. Und dann seid ihr wieder in Reaper. Habt das neu gestartet. Dann sind die alle aktiv. Die neuen Plugins. Und dann geht er hier beim Master auf... Mal kurz gucken, ob mein Sound noch geht. Ja. Geht er hier beim Master auf FX. Und dann macht er hier bei Hinzufügen, macht ihr dieses Reha-Stream. Da sind jetzt zwei, ist egal. Also ich habe den oberen genommen. Ihr könnt auch den unteren nehmen, das macht keinen Unterschied. So, dann habt ihr das hier aktiviert. Und dann müsst ihr hier das so lassen. Identifier Default. Hier nichts ändern. Enabled bleibt natürlich. Und bei... Normalerweise steht es auf Receive. Aber wir wollen ja jetzt Sound nach OBS senden. Deswegen steht es auf Send Audio. Und da habe ich gewählt. Man kann zwei Sachen hier wählen. Broadcast und Local Broadcast. Und weil es ja lokal ist, es ist ja... Hier bleibt ja auf dem Rechner. Es geht ja nicht raus. Irgendwo in eine Cloud oder was weiß ich. Ins Internet oder sonst wohin. Könnte man auch. Aber machen wir ja nicht. Local Broadcast wird das hier eingestellt. Und dann beim... Beim OBS. Das ist jetzt lustig. Da hat der... Adam Steel, der hat da einen tollen Tipp gegeben. Und zwar müsst ihr euch hier mit Plus auf hinzufügen. Eine Audio-Eingabe. Also eine Aufnahme ist das halt. Einrichten. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und das ist... Ich habe das mal Audio Reaper genannt. Damit man das gut erkennen kann. Und ich klicke da jetzt mal doppelt drauf. Dann sehen wir, was ich da gemacht habe. Das hat der Adam Steel nämlich empfohlen. Man soll hier ein Gerät einstellen. Was überhaupt keinen Sound ausgibt. Und da habe ich jetzt den Sound von meiner Webcam, mit der ich mich abfilme. Habe ich davon genommen. Und habe die aber auf ausgeschaltet. Auf komplett aus. Ich zeige euch auch gleich, wie ich das gemacht habe. Und zwar bin ich hier auf Soundeinstellungen gegangen. Und habe dann hier mit bei der Eingabe den Mikrofon Webcam habe ich mir ausgesucht. Dann habe ich bei den Geräte-Eigenschaften. Dann gibt es hier noch zusätzliche Geräte-Eigenschaften hier rechts. Da habe ich dann... Bei Pegel habe ich hier das komplett ausgeschaltet. Damit das überhaupt nichts aufnehmen kann. Mein Mikrofon geht noch. Das sehe ich hier. Wo es hier so zappelt. Und... Da habe ich also jetzt das von der Webcam, das Audio eingestellt, was inaktiv ist. Aber ihr solltet das nicht deaktivieren. Das solltet ihr auch nicht tun. Dann ist es nämlich weg. Dann könnt ihr es nicht mehr auswählen. Einfach nur den Sound, wie ich es gezeigt habe, ausschalten. Und dann kommt das Entscheidende. Und zwar geht ihr dann hier auf... Auf mein Audio Reaper in diesem Fall mit einem Rechtsklick. Und dann auf Filter. Und da könnt ihr VST, hier VST2.x-Plugin anklicken. Dann habt ihr das hier. Und dann könnt ihr das aussuchen. Da könnt ihr euch ein Plugin aussuchen. Und da habe ich... RehaStream-Standalone. Ne, habe ich hier ausgesucht. Das müsst ihr also auswählen. Und das war's. Und dann funktioniert es. Ich zeige es jetzt nochmal... Ohne OBS. Also ich mache jetzt nochmal hier das an. Und jetzt seht ihr auch, wie das hier rumzappelt. Jetzt mache ich es mal ein bisschen lauter. Und das war's. Also mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Ja gut. Und im nächsten Video, da zeige ich euch dann, wie man also eine schöne Aufnahme mit dem Dijuridoo machen kann. Und was für Effekte man da hinzufügen kann. Das geht nämlich... Also ich habe auch mit Audacity... Also manche sagen ja Audacity. Das ist so eine... Ich habe das früher auch mal so gesagt. Das ist aber falsch. Audacity heißt das Programm. Zeige ich euch auch nochmal kurz. Damit kann man natürlich auch aufnehmen. Aber das ist... Das macht überhaupt keinen Spaß. Also das ist... Das ist einfach nur mühsam. Und das ist auch kostenlos, das Programm. Was will der von mir? Ach so, da hatte ich ja... Ach ja, da hatte ich mit rumgespielt. Da hatte ich also... Da hatte ich verschiedene Sachen ausprobiert, um mich vorzubereiten. Das ist Audacity. Damit kann man auch aufnehmen. Das geht schon. Jetzt fliegt hier eine Mücke hier rum. Aber das ist wirklich furchtbar mühsam. Kann ich überhaupt nicht empfehlen. Das ist gut, wenn man mal so eine einzelne Audio-Dotei auditieren... Editieren will. Also irgendwie verändern will. Aber jetzt für ein Mehrspurprojekt würde ich es nicht nehmen. Mache ich mal wieder schnell wieder aus. Dafür kann ich wirklich Reaper empfehlen. Es gibt ja natürlich tonnenweise diese DAWs. Aber die meisten sind irrsinnig teuer. Oder sehr eingeschränkt. Oder schrecklich zu bedienen. Und dieses Reaper ist wirklich sehr simpel zu bedienen. Für so ein komplexes Programm, muss man natürlich dazu sagen. Also das Programm kann ja so einiges. Und es wird auch von Profis verwendet. Immer mehr sogar. Immer häufiger. Viele wechseln von den teuren Audio-Programmen zu Reaper. Weil es halt erstens günstiger ist. Und außerdem stürzt es überhaupt nicht ab. Also viele Audio-Programme haben die Eigenart, ständig irgendwie abzustürzen. Habe ich gehört. Also wurde mir von Musikern berichtet. Und Reaper nicht. Das ist sehr, sehr stabil. Gut. Ich denke, das soll es erst mal gewesen sein. Also so könnt ihr das hinbekommen, dass Reaper auch in OBS hörbar wird. Sichtbar sowieso. Das ist kein Problem. Aber dass man es auch hören kann. Das ist halt das, was mir nicht gelingen wollte. Was aber im Endeffekt doch ganz einfach war. Gut. Alles klar. Macht's gut. Bleibt schön gesund. Und viel Spaß mit dem teilweise wirklich tollen Wetter. Bis dann. Bis dann.